Genau, ich nenne das Braillerons und ist vor einer Woche entstanden die Idee und hat mich etwa 30 Stunden Arbeit gekostet. Aber es funktioniert. Sehr gut sogar. Wunderbar. Dankeschön. Einfach mal Querruder rechts links. Ganz normal. Klappe in der Mitte. Bremse auf. Okay. Bremse halb offen. Querruderbewegung. Andere Richtung. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.